es gibt einen neuen goldmode glitch leute und dazu noch einen glitch wie ihr unendlich munition habt ohne nachladen zu müssen und um das ganze zu aktivieren braucht ihr nur zwei kaugummis einmal braucht ihr das epische kaugummi gratis feuer falls sie den unendlich munition glitch machen wollt und für den goldmode glitch braucht ihr den legendären starre augen kaugummi leute geht dann in das spiel an diesen kaugummi automaten und wenn ihr eins von den beiden kaugummis habt dann aktiviert es ich mache das jetzt mit starren augen leute und rechts beim kaugummi seht ihr diesen weißen balken der komplett leer läuft sobald der kurz vorm ende ist spammt ihr die taste womit ihr das kaugummi aktiviert habt bei mir ist es fünf und danach seht ihr die animation dass ihr noch ein kaugummi nimmt und wenn ihr das dann gemacht habt seht ihr rechts wieder den balken aber ohne kaugummi und das heißt dann ihr habt den glitch erfolgreich geschafft ihr werdet jetzt die ganze zeit unsichtbar für die zombies sein und das könnt ihr natürlich auch in koop machen mit euren freunden zusammen das ist nicht nur ein glitch der solo geht und das geht auf beide maps und das gleiche funktioniert auch mit dem unendlich munition leute geht am kaugummi automat besorgt euch das gratis feuer kaugummi aktiviert ist und sobald rechts dieser weiße balken kurz vorm ende ist spammt ihr die taste womit ihr das aktiviert hat bei mir ist es 4 auf konsole mit controller ist das glaube ich steuerkreuz ich weiß es nicht und wenn ihr das dann kurz vorher spammt bevor das abläuft dann nehmt ihr das wieder und ihr habt unendlich munition ohne einmal nachladen zu müssen falls ihr euch fragt wie ihr aus dem gott mode wieder rauskommt bei der karte liberty falls müsst ihr einmal in den tresor rein und raus dann seid ihr aus dem gott mode und auf der karte terminus müsst ihr in das waffenlager reingehen da an der tür wo auch stamina perk ist das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und falls du noch kein abo hier hast kannst du das jetzt an dieser stelle gerne ändern und ein kostenloses abo da lassen damit du immer auf den neuesten stand bleibst und in zukunft nichts mehr verpasst vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten video ciao